Waschbären Heute sprechen wir über Waschbären. Waschbären sind Fingerakrobaten. Sie sind so fingerfertig, dass sie Knoten im Schnürsenkel öffnen, auch Käfige oder Sennstücke aus einer Hemdtasche mopsen können oder sogar Muttern von Schrauben lösen. Vor diesen Tieren ist nichts sicher. Heute geht es um ein ganz besonderes Tier. Waschbären. Die waschen sich nicht nur gut, sondern können ganz viel geniale Sachen machen. Die sind so fingerfertig. Die können Muttern von Schrauben lösen oder eure Schnürsenkel öffnen. Das ist extrem cool. Sie sind übrigens auch Allesfresser. Wichtig ist natürlich das Gewicht. 4 bis 9 Kilo, also quasi wie das Kleinkind, was man eh daheim hat. Super Tiere. Wirklich spannend. Und so viele andere Fakten noch. Schaut euch das an. Wahnsinn. Ich nehme das an. Vielen Dank.